Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem weiteren How to Scout Video in InnaSumma11.2, Feuersturm, Eisturm. Wir machen weiter mit ein paar Mittelfeldspieler tatsächlich. So, abwerben. Ja, ich möchte gerne einen Spieler abwerben von der Royal Academy. Das war ja die erste Mannschaft, die, also Rayman vs. Academy, deswegen dachte ich mir so, ich gehe mal nach dem Anime. Ich weiß, dass, dass, ich bin mir jetzt gerade wirklich unsicher, ob, ich muss mit dem Anime noch gucken, ob die nach Royal Academy, nach dieser großen Niederlage, gegen Okkult gespielt haben. Ich meine, ja. Das heißt InnaSumma und war, glaube ich, nur in dem Spiel. Gegen Kids, glaube ich, haben sie auch nur zugespielt, aber ich glaube, ein richtiges Match hatten sie, glaube ich, nicht. Und Umbrella auch gerade nicht. Wo ist der denn jetzt hier? Ich wollte nämlich Walden holen. Den hätte ich eigentlich auch, warte, als Kapitän, ähm, durchgehen lassen, finde ich. Gut, Hermann Walden, Mittelverspieler, und den hole ich mir jetzt mal. Na, egal. Äh, alles klar, dann suche ich mal nach Walden. Mach das mal, Hermann. Ich habe gehört, dass Walden irgendwo in Tokio ist. Das ist natürlich schlecht. Ne, das ist mal schlecht. Deswegen gucke ich immer, wenn solche Aussagen sind, wo die sind. Also, als erstes immer Turm, immer Turm besuchen. Oder halt immer, ähm, Flussufer. Äh, das sind meistens so die Sachen, wo sie sein könnten. Ich wundere, dass das, dass kein, also das jetzt keiner in Royal Academy war. Ähm, ja. Ja, wenn immer sowas kommt, in den Schulen sind sie meistens nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Aber ansonsten, Flussufer. Dann steht er nämlich auch da. Hm, du willst, dass ich der Roman Elf beitrete? Willst mich veräppeln? Na, wenn ihr für Shootjob genug seid. Na gut, alles klar. Wenn du mindestens 30 Spiele in Team holst, werde ich beitreten. Okay, also, ich habe natürlich schon mehr als 30 Spiele. Aber hier haben wir schon wieder einen Kandidaten, wie bei Coral. Äh, Coral. Oder wie man den da ausspricht, von den Gemini Storm. Ähm, ja. Auch 30 Spiele habe ich. Ich habe ja 72, wenn nicht sogar jetzt 73. Also, alles paletti. Ich habe nicht gedacht, dass ihr das wirklich schafft. Also gut, ich werde Roman beitreten. Oh, easy. Man sollte nur 30 Spiele haben. Sollte man ja eigentlich easy haben. Ja. Ja, so einfach ist es tatsächlich, Herman Walden zu bekommen. Ja, wenn es euch geholfen, gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spieler. Also, bis dann.